Jo Leute, was geht da? Mein Name ist die DoubleCD und willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise zu meiner ersten Folge Mario Kart und heute sind mal andere Leute mit dabei, sag ich einfach mal und ich muss direkt mal ablesen, bevor ich noch einen Fehler mache und zwar ist mit dabei Monte, Momo, Uwe, Horny und Solution und ich hab direkt mal einen Scheißstart am Start gehabt. Hast du richtig abwerten angehört, Digga, wie du das gesagt hast. Hä, wieso das denn? Habt mal andere Leute. Digga, wir sind die Leute, verstehst du das, Digga? Die Jungs, Digga. Die Jungs, Digga. Heute ist die Crew am Start, Leute. Ich hab nämlich jetzt, ich bin jetzt in der neuen Crew, wir haben auch bald so Westen mit Wappen und Logos und alles mit am Start, Alter. Link in der Beschreibung. Die haben richtig gekutzt, Alter. Ge Scheißfotzen, hier, dann gehst du. Weil wir der Schabber unterwegs. Aua. Digga, ich fahre die Scheiß-Bananen rein, Digga. Und für die Leute, wir haben, also erstmal nicht verwundern, äh, erstmal nicht wundern, dass ich so verbacken aussehe, wir haben gerade gestreamt und dann noch mit den anderen aufgenommen, äh, ist alle in der Beschreibung verlinkt, also ich hoffe, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Natürlich kriege ich das hin, Leute. Wer sei es. Ich hab die Leute mit in den Kopf, der ist gestriked. Nicht gestrikte meine Mutter. Ich hab meine Motorradjagre direkt wieder abgenommen bekommen, äh. Weiß ich nicht. Weiß ich, muss ich erst eine Tröte reinlücken. Hier ist ne Tröte reinlücken, Freunde, zack, zack, guck mal da. Montana Sniper, ich seh schon wieder. Ey, das war, das war knapp. Warte, ich attackier ihn kurz, auf Kram. Boah, fuck, Alter, ich fahre low, Alter. Oh, ja, ja, die Kamera! Ich wollte grad sagen, dass du auch gar nicht so schlecht fährst, fährst du öfter? Geht's öfter, Mario Kart? Ich spiel das ein oder andere Mal Mario Kart, davon kriegen die Leute aber meistens nix mit, weil ich ja keine Gaming-Videos mache. Was sich das jetzt ändern wird? Ja, ja. Ab jetzt hab ich hier die Crew, Alter! Nein! Oh, Alter! Ey, drei rote Recken. Nein, Jungs, ich bin runtergefallen, hab den Blick nicht abbekommen, Digga. Geil. Ey, guck mal, Digga. L-läuf. Oh mein Gott. Also für die Leute, wie gesagt, ich hab schon des Öfteren, also es kriegen immer voll viele auf YouTube mich mit, ich hab schon des Öfteren irgendwie mit den Jungs auch zusammen gestreamt auf Twitch. Äh, und auch Mario Kart gezockt, so. Auf YouTube noch gar nicht, vielleicht komm ich da jetzt wieder rein. Also wenn ihr auf jeden Fall Bock drauf habt, dann gebt auf jeden Fall mal Feedback. Im Chat wollte ich schon grad sagen, Alter, ich bin immer noch voll im Stream-Modus, Alter. In den Kommentaren. Da kommt direkt mal ne Blaue, die mich natürlich auch schön mal mitnimmt. Ja, keine Zeit auf jeden Fall. Wir spielen jetzt, wir spielen jetzt vier Runden auf jeden Fall. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, ich schlampe. Oh, Danny, was ist da los? Ey, schlechtes Fahren ist da. Oho. Was hast du denn bitte schon alles angeschränkt, hm? Aua, was ist denn jetzt? Ich bin ein Sohn einer dreckigen Scheiße. Ich wusste. Weil Uwe könnte euch auf jeden Fall auf die ein oder andere Beleidigung gefasst machen, ne? Da müssen sich die Leute auch erstmal rein gewöhnen, ne? Ich empieße den Pieps, ne? Easy, hab's schon richtig nervös. Du war der Erste, ey. Wie soll ich das meinen Zuschauern erklären? Alles gut. Dritter Platz, Leute. Das war auf jeden Fall die erste Runde. Wie gesagt, vier Runde. Wir sehen uns in der nächsten Runde. So, Leute. Wir sind in der zweiten Runde. Von vier, wie gesagt. Und übrigens, nicht wundern, Leute. Ich hab mein Stream-Layout noch mit dabei, weil ich schon so lange kein Gaming mehr aufgenommen habe. Ab jetzt oben einfach nur Sub-Follower, New-Subs und so weiter wird angezeigt. Ey, ich krieg nicht mal mehr einen vernünftigen Start hin. Bist du aufgeregt, weil du mit deinem Zugangstleben bist? Ja, ja. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ach, ich kenn das Gefühl von damals. Ich mein, ich bin jetzt das erste Mal mit dem Crew am Start. Easy, musst dich konzentrieren, dass noch nicht letzter wird. Ey, verfarben! Boah, lecker! Wie bitte, was ist denn passiert? Erklär mal. Was ist das denn, Alter? Alter, die Grü... Boah, Uwe. So eine Zufallsgrüne. Digga, aber die ist so vor dem Bandel, Bandel, Bandel. Das war nicht normal. Digga, stimmt wie so ein... Ich will das nicht sagen, Alter. Ich bin ein junger Gott, meinst du? Die Leute sind sich gewohnt, Alter. Wohnte? Ne, 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 ne. Bruder nicht, Bruder! Auf Chef-Basis! Auf Chef-Basis! Auf Chef-Basis! Das ist schon wieder eine rote, Digga, was ist denn... Oh, Alter! Zack, Hony, auf jeden Fall! Wupp! Ist so geil, wie von Uwe einfach nichts anderes kommt, Alter! Hony, Hony gönne ich's nicht! Was gönnt du mir nicht? Hony, Hony, Hony! Hony, Hony, Hony! Hony, Hony, Hony! Hony, 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 Hony! Oh, Alter! Ja, für mich das ist so richtig, ohne Witz, für mich das so ein richtiges Oldschool-Feeling. Damals haben wir auch alle irgendwie so in der Gruppe irgendwie zusammen und so eine Uhrzeit noch gezockt. Also, wir haben gerade irgendwie 20 vor 2. Hau roll! Alter, ich kenn das gar nicht mehr, wenn ihr mal so spät am Start seid, Alter, da muss man ja auch erst mal wieder reinkommen jetzt, halt, Mann. Oh, nee, Alter, Monte, Mann. Tschüss, Izzy. Der Monte-Man. Ey, verpisst die mit der Pflanze, Alter. Ey, Mensch, Izzy, deine Scheißdröte, ich geh weiter. Echt? Die hat dich getroffen? Ne, ich hab ne Scheißdröte, ich will nicht drüber reden. Das fährt nach wie Geist gesetzt, ey. Alter, Izzy fährt aber echt gut, ne? Ja, ja, übel, heftig, Mann. Nee, da sagt er sowas, Alter. Oh, ekelhaft, egal, du kriegst einfach von mir. Nee, nee, das ist nicht euer Ernst. Du hast doch mal Uwes vor mir, oder? Gib mir was. Oh, ne, ist das ekelhaft. In der letzten Runde, Mann. Die Panane! Ja, wirklich so. Du bist so ein Schreck-Aussi, Alter, ne? Yeah! Oh, Ostdeutsch! Oh! Alter, was? Komm schon, ey, jetzt, bisschen mit der Pflanze noch, nee. Ja, ich überhole ihn noch. Komm mal hier, Danny. Du bist so ein Eier. Ja, am Ende der Jagd werden die Hase gezählt, ja. Oh, nee. Ist da überhaupt noch irgendwer da vorne, Alter? Gib mir was Gutes. Gib mir was Gutes. Nein. Nee! Ja, 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 ja. Ich überhole ihn noch! Ja! Unfassbar, egal. Ich rück nicht mehr auf Ohr. Ich hab nicht mehr Gas gedrückt, egal. Ist die sechster stabil? Ja. Das war ne richtig heftige Scheißrunde, Alter. Egal, wir sehen uns in der nächsten. So, Leute. Dritte von vier Maps. Ich glaub, wir haben grad drei letzte Plätze, zumindest von uns aus, jetzt mal abgesehen von den Computern. Drei vierte Plätze, glaub ich. Drei vierte, was auch immer, Mann. Ich hab gar keine Ahnung. Hauptsache, ich krieg mal einen ganz normalen Start irgendwie hin. Boah, so ein schlechtes Schritt. Und Monte will mir die ganze Zeit irgendwie Käseland aufzwingen, Alter. Ich weiß nicht, was der mit dem Mock will. Kann ich gar nicht ab. Ich hab gehört, nächste Runde Käseland. Nächste Runde Käseland für die Ansage, Alter. Alter, hör auf, ey. Ohne Witz hab ich's noch angesprochen, oder was? Wir sind alle für Käseland. Hättest du nix gesagt, hätten wir was anderes für den Easy. Oh, ne, Uwe macht auch elegant. Ist jeder schon ein bisschen Profi? Hä? Okay. Ey! Jawoll, da ist die Grünen am Start. Ist nicht dein Ernst, Alter. Und jetzt nochmal nach hinten attackieren. Oh, fast. Fast. Ich kann so Assoziation. Äh, Easy? Ja, jetzt aber fast. Oh, Momo. Ist der Stein! Kennst mich doch. Hast mich doch kennengelernt in Los Angeles. Ja, ja. Immer noch der gleiche, ey. L.A., man. Ich weiß schon, warum wir uns so lange nicht mehr gehört haben. Ja, ja. Kommt immer mit seinem dreckigen Käseland da um die Ecke. Ekelhaft. Bisschen feierst du das noch aber auch. Solution kriegt auch noch den einen, oder? Ja, alles easy. Nja, alles easy, Alter. Schön auch in die Banane reingewutscht. Das ist ekelhaft, ja. Ne, 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 nein. Das würde jetzt Uwe sagen. Oh. Oh. Oh, nice. Oh, da hab ich noch was mit Momo am Start. Der kriegt natürlich nichts ab. Nee, da hab ich keine Zeit zu, Digga. Ja, jetzt vielleicht nochmal. Jetzt nochmal? Ja. 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 Mein doppeltes Geschenk. Ekelhaftes Geschenk gönnt sich noch schön mein Doppel, Alter. Ja, ja, ja. Und zwei Bomben kann ich euch auch hier kennen, oder? Ja, doch. Ne, schade. Oh, die verfickte Müllbombe. So, Jungs. Hier einmal zum Nachdenken. Ey, ey, ey. Nee, nee. Oh, war das knapp. Wieder noch ne Runde. Oh, ein Pilzer, Junge. Wer ist ne Erster? Oh, Monte, ey. Ich warte schon den ganzen Abend auf den Rache von Monte, Alter. So. Ja, so. Nee! Ey, ist doch nicht dein Ernst. Du bist jetzt die Rote hingegangen. Ja, ey, die gute Faden setzt sich am Ende der Runde dann doch durch. Ist die Rote jetzt einfach mit der Bombe hochgegangen, oder was? Ja, du musst die ganz kurz vorher, äh, loslassen. Was ist hier wieder los? Ey, wie viel Pech kann man haben, Leute? Meine Rote bei Monte einfach vorbei geht. Da hab ich einfach keine Ahnung. Ey, ich hab zwei Rote. Hört hier einfach nicht auf. Du bist so ein Hurensohn. Oh. Und er klaut dir die Geschenke. Ey, ich war die ganze Zeit so weit vorne mit dabei und jetzt bin ich in der Aufnahme, Alter. Was ist das denn? So, Horny. Du bist so ein Drecks-Typ, Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist so leckerlich, Alter. Ich werd mich so abfacken. Ich weiß, Rettner-Sau. Ey, nichts. Ich bin Sechster. Das gibt es doch nicht, Alter. Souverän, souverän, Decker. Was ist, wie scheiße kann's laufen, Leute? Für die und letzte Runde. Bei Sechster kann's nicht laufen. Gutes Paar letztlich durch. Achso, Käseland, ne? Ja, ja, Käseland. Ohne Käseland. Normaler Schalini, Digga. So, Leute. Letzte und wahrscheinlich auch ekelhafteste Runde. Natürlich im Käseland. Wär das für möglich gehalten, dass ausgerechnet das Käseland drankommt, Leute. So muss das. Das ist echt, das riecht schon ganz fantastisch hier vorne, Alter. Sag, dass es dir gefällt. Oh, dead boost. Oh, das gefällt mir. Ja, geil. So ein Scheißdreck, Mann. Wir zocken schon so lange. Und das ist die mit Abstand schlechteste Runde jetzt, alle von allen. Ist einfach safe. Souverän ist Stiften, setzt sich durch. Ja. Alter. Oh, wie ich da schon rausfliege. Aber ich würd sagen, der erste ist jetzt auf jeden Fall safe. Digga, meine eigene... Ich hab das Gefühl, Ruhe wird bei Käseland immer ganz wuschig, irgendwie. Nee, immer bestruhig. Immer. Das ist einfach Ende jetzt hier, Digga. Ich schwör's dir. Ich kann nicht mehr. Oh, nee! Ey! Ey, wo wenn ich jetzt... Alter. Es ist einfach zu spät, keine Ahnung. Das kann doch echt nicht wahr sein, Leute. Das ist easy, ja? Ja, es war schon so... Es war schon so schlimm, ey. Und dann kommt er noch mit... Und, äh... Ja, gönnt euch alle ruhig. Komm, gönnt euch meinen Arsch. Ja, gönnt euch meinen Arsch. Aua. Ja, und schön noch in die Banane reingeballert, Alter. Aber... Das gibt's doch nicht. Schön wieder auf dem sechsten Platz, da fühl ich mich ja wie zu Hause. Hahahaha! Horni, UN! Jaaa! Was? Jaaa! Hahahaha! 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 Geschickt gewagt wie der Momo, Digga! Digga, richtig schleise! Ich wollte aber stehen bleiben, weil da hab ich gesehen, dass Hornis und Toni ist und einfach... Ich hab die nicht gesehen, ey! Neeee! Auf selbstbewusst, weil kommt Rassau am Start! Bei Hornbeck, die Acht, Digga! Hahahaha! 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 Warte, warte, warte! Ey! Ey! Das muss doch nicht sein, Leute, ey! Muss doch nicht sein, die ganze Zeit! Warum hat der nie so veriös, Digga? Oh mein Gott! Ey, ich kann doch nicht immer Sechster werden, Alter! Das kann doch nicht sein! Hahahaha! 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 Was für ein Schwarzer da vorne! Hahahaha! Hahahaha! Oh, du warst... Woh! Bitte, Alter, das kann doch nicht sein, Mann! Einmal Fünfter werden! Einmal! Hahahaha! Jetzt warten Sie wieder vorne? Mann, ich nehm echt alles mit, was geht! Ich hasse auch die Kirche Scheiße, ja! Habe ich nicht! So, Danny! Jetzt wird sich wieder gutes Fahren durchsetzen, mein Süß! Nee! Du denkst, du bist noch... Nee, nee! Das ist schon verloren, Digga! Boah! Sternricht... Ich fahr durch! Intelligenter Fahrer und so! Ey, nein! Ich fahr durch! Und ich fahr durch! Ja! Ich bin auch im Fünfter! Resikieren! Einfach riskieren! Und ich fall runter! Nee, 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 nee! Als würde ich nicht gewinnen wollen, so, ne? Nee! 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 Ich hab wieder Sechster! Hahahaha! Hahahaha! Alter, das gibt's doch nicht! Ich hab wieder Sechster! Auf Grafen, Digga! Auf Grafen, Digga! Hahahaha! Also, Jungs, ich weiß nicht, wie's euch gerade geht, aber die Verbindung, ich hör easy ganz schlecht! Easy, leck mal! So ein Scheißleck! Wenn's euch gefallen hat, auf jeden Fall! Ich will das gar nicht mehr sehen, Alter! Dann drückt den Daumen nach oben! Checkt die anderen aus! Alle in der Beschreibung verlinkt, Leute! Das war's! Bis dann, macht's gut! Take this easy! Ciao! Hört ihr den? Hallo? Hallo? Scheiße! Das gibt's doch nicht, ey! Ja, auch mal ne Kunst, Digga! Die ganze Zeit nur Sechster zu werden! Also, ich könnt' das nicht!